so ja herzlich willkommen zurück zur neuen let's play hier bei der erkundung erstmal beim neuen let's play gun home die rückkehr in unser mein altes haus bisher erkundet haben wir das foyer die veranda das fernsehzimmer und papas arbeitszimmer wo wir ja auch beim letzten mal stehen geblieben sind ja alter schwede macht was macht der für geräusche man aber ich weiß immer noch nicht was wir suchen und wonach wir suchen da war doch was drin versicherungsagentur prüfung elektro anlage okay anscheinend wurde hier die komplette elektrik des hauses geprüft weil es anscheinend elektronische probleme gab genau also und an diesen schrank kommen wir nicht ran weil wir davon die sicherheitskombination haben müssen die wir die ich dato noch nicht habe da ist nix okay welches zimmer sind wir jetzt wenn wir noch ein papas arbeitszimmer ne in der bibliothek aber ein bisschen gruselig hinschlaut und so die stöhnen ich habe mich gebeten Und ja, wegen der Testberichte zu schreiben, ja, ein paar Mal, hm. Möchtest du sagen, nacht, sieh mir lang so mehr pro siebe. Weil sie wie jetzt hin zu viel muss immer. Hm. Es ist deine Aufgabe, die maximale Wortanzahl zu halten, nicht meine, deine Texte runterzutrimmen. Nach dem dann wird das immer schwieriger, die ganze... David kennt dich schon lange und er ist dein Chef. Der Chef. Alfred Vertreter, das hat hier, wie passt es? Alles klar. Was ist denn hier in diesem böden... Ein Fremder unter meinem Dach, Teenager verstehen, pihi, ja ja, die Tür hier in der Bibliothek scheint es auch nicht zu finden zu sein, Taschentücher, Magazin, aha, aha, Teenager-Transe, okay, oh man ey, Untersetzer, Lampe einschalten, wir schalten da einfach alles ein, ansonsten wird das doch recht gruselig, hier okay, in der Bibliothek ist also auch nichts, Arbeitszimmer ist nichts, oder auch vielleicht ist da was, ich hab keine Ahnung, wonach wir suchen, so, die Karte wird größer, aber hier geht es anscheinend noch lang, gut schein, aha, aha, wo es mir ist, wenn wir das Schaft, la, 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 was war das, Katie bitte sagt, Mom und Dad, das tut mir leid, wegen dem Zeug, das fehlt, Sam, Lippenstift, schau wieder gut scheine, okay, warte, Stifte, dies und das, Hi, Lonnie, Lonnie, das ist doch mal ein guter Mann, also, wenn du heute Nachmittag immer noch zu mir nach Hause kommen willst, wäre das cool, ich kann fahren, das ist zwar etwas weit, aber ich kann dich dann auch zurückfahren, also ist es hoffentlich in Ordnung, schreib zurück und wirf das in meinen Spind, wenn du noch willst, und wir uns treffen auf dem Parkplatz nach der sechsten Zementer, oh ja, ich bin auf jeden Fall dabei, bis da, bis da bei dir, dann werde ich dir hinterm treten, mach dich bereit, mbach und Aber dann hat sie gesagt, dass sie das Psycho-Haus immer wirklich sehen wollte. Ihr Name ist Lonnie. Sie kommt morgen. Scheiße, ich hasse, dass dann die Räume so dunkel sind. Hallo? Na toll. Hier geht das Licht nicht, oder was? Hat das schon eine Bar oder wo? Sind wir im Musikzimmer? Vollpflanzungsapparat. Menstruationshyklus. Oh Gott, was ist das? Hä, was? Ich bin schnell. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Laaa... Berufe und andere trips herausgegangen... Sehr geehrte... Sehr geehrte, Herr Bodrett-Lanzangtu... jetzt sollte das buch nehmen ok ja schmesser Ich hasse so dunkle Räume, ne? Wo nachsuchen wir überhaupt? Okay... So... Genau, hier am Ende des Ganges war immer noch ein Raum. Ne, der war da. Ah, der ist auch verschlossen. Okay, bitte egal, was du auch gefunden hast. Erzähl mal. Der Dachboden. Ach du Scheiße. So lange wird mir auch hier ein bisschen muffig. Okay, diesen Flügel des Hauses habe ich jetzt erkundet. Ach, bitte nicht. Es bleibt mir nur noch das oben. Ähm... Warte. Ich bin da der Wartblämmel. ok Montag Pärchenboden, Mittwoch Kochkurs Scherzluck, Freitag, Gesellschaftssatzen, Montag Pärchenboden, aha, aha, aha Hilfe Hilfe Ich hab was gehört Ich hab's 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 gehört und andere Frauen Ich weiß Aber ich bin mit Loni ist Bis zum nächsten Mal.